So, okay, wir sind hier auf dem Turnier. Wir haben uns vorgearbeitet. Bis ins Semifinale sind wir gerade gekommen. Wir warten jetzt auf unseren Gegner. Der, der hier gewinnt wird, gibt unser Gegner. Let's see what they are doing. Let's see who is who will win this fight. Oh, okay. Die Partie ist vorbei. Jetzt kommen wir. Ich gegen den imperialen Rekrut setzen. Ich kann nochmal auf mich selbst wetten. All in. Und dann Einsatz 422. Erwartet 554. Puh, es geht los. Also, ich bin noch nicht so gut in Kämpfen. Mein Charakter ist noch nicht so toll hochgelevelt, dass ich da auch voll die Fähigkeiten hätte. Es ist echt einfach... Okay. Yes! Freak on a year! Ich hab gewonnen! Yes! Ihr habt das Turnier durch einen Sieg in der letzten Runde über imperialer Rekrut gewonnen. An 10 plus 3, Shouldersprap wurden. Kite Shield. Wettgewinn 554. Damit hab ich... Mein... Da... Das war die erste Partie. Hab ich jetzt leider nicht mit aufgenommen. Da haben wir gegen... Die hier gekämpft. Durchgesetzt haben wir uns. Dann haben wir gegen die drei Fraktionen gekämpft. Haben uns durchgesetzt. Dann hier durchgesetzt. Und jetzt zum Schluss nochmal. Jawohl! Nice! Okay, ihr habt jetzt nicht mitbekommen, was... In der Zwischenzeit war. Eigentlich nicht viel. Ich hab meine Gesundheit... Ähm... Wiederhergestellt. Bin da... Ein paar Tage umhergeritten. Hab zwei Burgen besucht. Das hier ist die zweite. Und hier war jetzt grad... In der Arena... Ein Kampf. Ähm... Wo ich mich durchsetzen konnte. Äh... Ne, so viel hab ich gar nicht gewonnen. 1142. Ja toll, 1000 hatte ich ja schon. Muss mal ins Inventar rein. Ja. Genau. Ja Mensch, schade. Aber ich hab ein Woten-Shield bekommen. Die Frage ist... Kann ich damit... Was machen? Zivilkleidung ist das? Ähm... So, wo müsste ich denn das hinmachen? Und wenn ich das... Äh... Ausrüsten möchte... Hier, oder was? Na, Kampfwaffen. Äh, wo ist es jetzt hin? Hallo? Wo ist mein Shield? Rüber. Ausrüsten. Ja. 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 Wie kann ich das... Eisernes Ritterschwert? Ja, das will ich aber... Wenn ich in den Kampf ziehe... ...möchte ich das... ...haben. Also, Rinde mit... Weil... Es bringt mir ja nichts, wenn ich ein Zivil mit dem Schwert da rum eire, oder? Oder wenn da was los ist und mich Räubern greifen, dann kann ich es nicht einsetzen, oder wie? Dann vielleicht lieber den Streitkolben. Zur zivilen Kleidung dazu. Ich weiß es nicht, wie sich das verhält. Ich bin mir da nicht so sicher. Hm. Ich bin mir da echt nicht so sicher, wie ich da... Naja, komm man. Ich mach den Streitkolben, glaube ich, lieber zur zivilen Kleidung. Geht das nicht? Scheinbar nicht, hä? Kann ich nur das Schwert dann... Hm. Da nen Streitkolben, nee. Das lässt er mich irgendwie nicht machen. Okay. Also nur hier... ...mein Schwert würde... ...ja, vorschau schön. Jetzt hier rüber ziehe. Zivilkleidung... ...ausrüsten. Hm. Das Schwert geht. Gut. Dann muss ich mir als separat noch eins besorgen. Es wurden Änderungen vorgenommen. ...anwenden, so. Ehrlich... ...gesagt. So, da können wir wieder... ...Auswahl, schneller Schlag, plus 2% Schwunggeschwindigkeit mit Einhandwaffen. Die Milizrekrutierung in regierten Siedlungen erhöht sich pro Tag um 0,5. Ehrlich gesagt, persönliche Stadthalter erhöhen euren Schaden mit Äxten und Streitkolben um 5%. Was soll ich nehmen? Oh. Ich hab hier Nerven meinem Genick eingeklemmt bei der Arbeit. Hab ich mir so einen Kopf gestoßen. ...und das hat mein Genick irgendwie so... ...das hat so reingeballert. Oh, ich hab so Schmerzen. Und das hat sich verklemmt. Und ab und zu bei bestimmten Bewegungen... ...ah. Kann ich den Kopf nicht mehr sofort weiterdrehen, weil es voll die Schmerzen sind und voll der Stich. Aber... ...ja, es war wahrscheinlich nicht durch die Kämpfe. Oh, manchmal ist das dann... ...da klemmt es dann etwas... ...ah. Nicht angenehm. So. Mann, nee. Sorry. Weiter geht's. Also. 2% Schwunggeschwindigkeit mit Einhandwaffen. Hm. Erhöht euren Schaden mit Äxten und Streitkolben. Das ist natürlich... ...Schwunggeschwindigkeit. Aber Geschwindigkeit ist Key manchmal. Echt? Schon. Hier haben wir noch was bei Athletik. Ähm. Ähm... Aber ich würde sagen, ich baue erstmal noch auf Geschwindigkeit. Was haben wir hier? Auswahl. Enge Rüstung verringert das Gewicht der Rüstung 15%. Fußtrupp profitieren da auch. Bei Zorn. Zu Fuß wird eure Waffenhandhabung um 10% besser. Verringert das Gewicht euren Rüstung. Verringert das Gewicht eurer Rüstung. 10% Waffenhandhabung ist natürlich schon was. Das machen wir. Ja klar. Das machen wir. Ähm. Ähm. Okay. Fertig. Wir gehen. Aber in die Arena. Ich will mich nochmal ein bisschen balgen. Und ähm. Ich kann ja eigentlich nur Vorteile haben dadurch. Das ist Übung. Und... Wir leveln uns dadurch etwas hoch. Genau. So soll's sein. Äh. Roger. Äh. Was geht denn ab? Wobei ich hier meistens abgekackt hab. Die... Die... Die KI, die... Schießt so gut. Oder wirft so gut. Und ich bin da absolut noch mies. Äh. Bogenschütze. Sau fies. Da hinten, gell. Okay. Den hier hat's weggebügelt. Wenn er mich trifft. Einmal haben wir schon gut getroffen hier. Immer auf mich. Immer auf die Kleinen. Versteck mich jetzt mal kurz. Aha. Jetzt ist er beschäftigt. Mir wäre ein Schwert oder ein Streitkolben oder irgendwas jetzt ganz recht. Mit dem Rest komme ich nicht so gut klar. Na, wer sagt's denn? Hier ist ein Schwert. Komm an, heb den Kram auf. Ja. Aber... Auf die Distanz kann ich jetzt natürlich erst nochmal... Ja. Boah. Ach Gott. Nicht... Oh. Also du Ratte. Alter, von hinten. Hm. Zieh Schwert. Ratte, Alter. Ja, da habe ich meine Prügel bekommen. So, ich gehe aber nochmal rein. Wie gesagt, das ist einfach... Da muss so viel vorhalten. Ich habe ihn getroffen. Aber leider nur zu weit unten noch. Und... Jetzt hat er das Schild. Jetzt ist es blöd. Jetzt hat er mich... Aufschieb... Ich habe nur einen Speer und ein Schild. Das ist dumm. Das ist echt blöd. Ich hasse das. Dieser Speer ist mir sowas von... Mit dem kann ich überhaupt nicht hier gut performen. Ja, der hat natürlich ein Schild. Prima. Warten wir, bis er von hinten angegriffen wird. Reden ihm eine rein. Und hoffen, dass ich eine gute Waffe aufheben kann. Wenn ich dazukomme. Aber... Ja, das erste Mal was. Für einen Euro 50. Jawoll. Ui, ui. Ich brauche eine andere Waffe. Mach den fertig. Mach den fertig. Mach den fertig. Oh. Come on, come on, come on. Leute. Und wieder hat es mich gebügelt. So, was haben wir denn jetzt? Schwert. Gott sei Dank. Ich werde mich gleich mal an den Bogenschützen da. Wenn der mich trifft. Dann, äh... Hab ich gelitten. Oh. Jawoll. Und geht... Kopfschuss, Alter. Mahlzeit. Ja, moin. Was haben wir denn jetzt? Okay, Bogen... Nee. Doch, Bogenschützen mit Schwert. Okay. Das ist gut. Und... Ähm... Yes, Baby, huh? Wo war der Zoom? Hier. Musst halt immer aufpassen. Irgendwann. Ah. Ich bin halt echt noch mies. Ich hab da noch... Null Skill. Oh. Ja, 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 ja. Jetzt hier kommt wieder... Satt gesessen. Hopp, 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 hopp. Ah, ich hab ihn voll erwischt. Kopfschuss. Nice. Okay. Äh, schauen wir mal. Was hat er... Was hat er denn zu bieten hier an Waffen oder irgendwas? Äh, nix. Ist rot im Gesicht. Was hast du gemacht? Ein paar Pfeile aufsammeln oder Ähnliches. Wurf... Wurfteil hier. Äh, jetzt hab ich total verzogen. Come on, pfeil den Bogen raus. Ah, jetzt bin ich dran, Kumpel. Oh. Jetzt ist er dran. Aber ich glaub, da schießen mehrere. Ich hör's links und rechts. Ich hab ihn nicht... Jawohl. War klar. Hier. Achtung. Nice. So, wie viel Pfeile haben wir noch? Jawohl. Sehr schön. Ich muss Pfeile aufsammeln. Der ist früher wie ich. Hat mich aber nicht gedreht. Yes. Oha. Komm, hoffentlich spawnt jetzt nicht wieder einer hinter mir. Ich brauch Pfeile. Hier, sammel den Scheiß ein. Hinter mir schreit jemand. Da ist doch jemand unterwegs, oder? Sammel den Kram ein. Wir brauchen Munition. Yes. Come on, zieh den raus. Guck mal hier. Oh, das war ein Fräulein. Hier. Aber gut, wenn's in die Arena geht, muss ich halt damit rechnen. Tja, da ist dann halt... Emanzipation ist dann halt so... Ja, was soll ich machen? Ich kann's ja nicht ändern. So. Oh, das war nix. Getroffen, aber... Das war jetzt kein... Das war jetzt kein tödlicher Schuss. Ah, er hat sich verabscheut. Oh. Das war auch böse eben. Schnell sammeln wieder Pfeile ein. Komm. Wow. Der ging knapp vorbei. Sammel Pfeile wieder ein. Oder Sperre. Beides nützlich. Also diese kleinen sind okay. Ähm, was mach ich denn? Falsche Taste. Kein Wunder, dass er nix sammelt. Come on. Ich glaube, ich muss mich dem widmen. Das war wieder ein Volltreffer hier. Yes, baby. Schnell da rein. Sammel auf. Hopp. Sammel den Graben auf. Soll's aufnehmen. Ähm, Pfeile. Haben wir noch? Wie viel? 17. Naja. Können wir noch ein bisschen was mitmachen. Okay, come on. Zieh nochmal durch. Äner noch. Und dann haben wir eine richtige Stelle. Richtig. Oh, hell. Jetzt sind wir dran. Oh, scheiße. Und der hat ein Schild. Mach mich nur. Mach mich nicht. Ich glaube, es geht gut. Scheiße. Nein. Alter. Das war der letzte. Jetzt hätten wir es fast gepackt. Hätten wir Geld bekommen. Und, naja. Fünf als Belohnung. Ah, und wir hätten nochmal Skillpunkte bekommen. Ich glaube, wir kriegen aber auch so. Mit was sind wir denn jetzt ausgerüstet? Ich sehe gar nichts. Was ist denn los? Streitkolben nur. Ja. Gibt's halt was. Hier. Hab ich dich. Aber der hat... Oh, hat er mich gut erwischt. Meine Gesundheit. Meine Panzerung. Sozusagen. Der hatte auch nur... Ich brauche andere Waffen. Oh, da kommt der nächste Heiner. Weg. 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 Schnell weg. Ah, hat der mich voll erwischt. Ich wollte dann mit dem Schild auch ein bisschen Schaden austeilen. Das, falls er mir nachher gegenüber steht, bin ich natürlich ohne Schild im Nachsehen. Oh ja, jetzt wirft der. Was habe ich denn noch zu bieten? Nix, nur Schwert. Okay. Geh weg. Mhm. Ah, das... Hast du nicht mehr oma gemacht, Kumpel. Nimm das. Wurfspeere. Nimm. Sammel ein. Sammel ein. Jäger und Sammler. Oh. Okay, come on. Schauen wir mal, was du kannst. Nix. Sammel. Hol noch ein paar. Hier, den hier. Ja, hol. Nice. Was haben wir noch? Okay, zieh durch. Nein. Den Speer wollte ich haben. Ah, jetzt ist es zu spät. Yes. Nimm das Schild. Nimm das Schild. Fast. Come on. Ja, 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 ja. Komm, komm. Wirf doch. Wirf doch. So. Scheiße. Ja, 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 ja. Na, come on. Shit. Schild. Schwert. Come on. Oh, der ist hartnäckig, Alter. Oh, der hat mir auch ausgeteilt, Alter. So, wo sind die ganzen Speere hin? Ich brauche wieder Nachschub. Hol dir was. Speer. Speer. Da ist auch mal was. Speer. Da. Shit. Ich muss aufpassen. Die werfen von hinten Speere. Ich muss hier rüber. Richtung Mauer. Der lässt mich nicht. Scheiße. Come on. Ach. Das ist das Sack. Uh. Aber. Das macht Spaß. Das ist spannend. Okay, wieder 5 Gold. Naja, warum nicht? Und wir können unser Skill dabei hochleveln. Ähm. Ich schalte mal wieder um kurz. Aber aus der Ego-Perspektive ist es halt besser jetzt mit werfen. Oh, ist der tief. Müsst du da weit oben. Ja. Okay. Aua. Und natürlich schon wieder einer von... Oh, komm. Zack, du. Zu niedrig. Das war ein Platz mit X. Das war wohl überhaupt nichts. Was habe ich denn überhaupt so ein dämlicher Speer, nur? Also, Lanze, meine ich. Wenn ich jetzt in den Nahkampf gehe. Oh, kein Speer mehr. Oh. Ja. Einen Streitkolben. Oh, Mann. Bis der die Waffen umgeschaltet hatte jetzt. Okay. Gehen wir mal. Oh, zu weit weg einfach. Jetzt habe ich mir eine dämliche Lanze hier. Jemand. Irgendwas dabei. Was? 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 Ja. Der hat... Ich habe nur diese Speere, das ist Mist. Oh, kein Schwert. Irgendwas. Anstatt die blöde Lanze. Oh, Gott. wechsel die ansicht shit shit nein mach doch keinen oh alter unterbogen schützen noch so ich muss aber mal naja gut die ansicht ich muss mir das anders belegen die ansicht umschalterei das muss nämlich schneller gehen hey mach's fuck du hm guckst du ok was hast du denn anzubieten come on nimm's auf da hinten ist ein Bogenschütze was hab ich denn noch äh nur ein Speer wieder aiaiaiaia aua da drüben auch ein Bogenschütze man das ist doch saublöd oh ja toll ok hier Streitkolben naja besser als nix Speer Bogenschützen nimm die Pfeile sonst kann ich nix mit anfangen und Streitkolben genau hab ich hier aber schon nein 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 ok Junge wo ist der Bogen der Bogen ah was hab ich ich will den Bogen sag mal ich hab doch einen Bogen genommen oder bin ich jetzt maule es ist halt oh come on wie kann ich denn auf den Bogen wechseln wo ist der denn ach da da liegt noch ein Boden deshalb come on nimm den Bogen ach so das nimm dann nämlich das ich hab zu viel im Inventar nimm die blöde Lanze werf sie weg wo war das irgendwas jetzt nimm den scheiß Bogen come on nein nimm den Bogen tu mir gefallen endlich so wenn man rumsteht wenn man rumsteht und ich nicht konzentriert was in einem los ist aah ok man hat halt noch einiges zu lernen hier so jetzt bin ich nur mit dem Schwert ausgerüstet wieder ok ach Bogenstütze Achtung springen springen rennen springen unten drunter durch Keule springen jahre 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 oh er hat ein Schild kick 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 him na los kick ach warum macht er denn das jetzt ich wollte ich wollte ihn kicken dass er erst mal nicht mehr gleich schlagen kann dann hätte ich ihm eine verpasst und dann wäre es das für ihn gewesen ok müssen wir trainieren keine Ahnung was da gerade schief gelaufen war warum Keule hehehe hab ich dich da kommt schon der nächste Idiot oh toll von zwei Seiten oder was hey ihr blöd Männer weiter geht's keine Müdigkeit vorschützen Streitkolben Hammer ja dann müssen wir wieder relativ schnell ok oder ich ich sammle deine Speer auf dann werfe ich auch mal auf dich Kumpel mach das nett ich hab's dir gesagt mach das nett du wolltest nett hören von hinten wieder aufpassen dass da nichts kommt ich sammle deine Speere ein und äh as I said werf du ruhig irgendwann sind deine leer dann komm ich hehehe oh mein Gott oh die KI wirft saugut muss man schon so sagen das ist auch echt nicht so einfach komm auch nicht ich will die blöden Dinger einsammeln ich werfe die Tasten was hat der für Waffen dabei sammel 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 wir werden brauchen sammel gut ein 10 11 hey aber wir können uns eine andere Waffe äh noch obwohl ich hab ein Schwert gell ne Streitkolben oh ah 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 mach das nett hey du Otto nochmal Verbraucher du jawohl komm come on du Sack hier ach oh ja hallo normal was haben wir denn wieder bloßen Speer na dann weit man 2 oh hat's den erwischt da drüben zing der wirft jetzt gerade hier rüber hinter da sind noch mehr alter ich bin noch nicht erledigt ist noch alles gut okay ich bin gestolpert 31 minuten okay ich mache noch mal durchgang der war knapp vorbei vorbei der hat gesessen der hat mir ganz schön was verpasst meine gesundheit sammelt es auf ja ich weiß dann als manchmal gar nicht mehr wo mein schwert ist ich kann es jetzt von links und rechts also für die wurf sachen ist die perspektive ego am besten aber für schwert kampf und so glaube eher hier außen okay da muss ich muss das parieren ich muss gucken was ich gelernt habe und damit arbeiten was ich noch mal noch mal kann man kann man let's do it let's do it duit duit ja ja ich weiß dann werf doch dann werf doch ich komme und hol dich junge ja vorbeigeworfen ist auch neben dran oder neben dran geworfen auch vorbei was hat er eben so gebämmt bisschen attribut bekommen wieder aufstiegs application die sind die kais so gut mit sperren und waffen damit aber wer wollte es denn realistisch haben wer hat es denn so eingestellt feierabend in dir hier neben der schild verdammt schnell nein was hast du genommen werf nicht auf die zuschauer das hier sind unbeteiligte okay lass ihn mal rankommen der speer darf nicht so angenehm hier komm an ja ja wohl sehr schön danke Ach, davon. Ja. Okay, also. Mit dem Parieren und mit dem Kram und mit dem... Oh. Autsch, wo kam... Alter, wer... Das war der da drüben. Blöder Sack. Och. Das war äußerst knapp. Heb auf. Heb doch auf. Hm. Ah, zuerst. Tja. Ich hätte mich auch unsterblicher machen können in den Einstellungen, aber... Das ist äh... Schon... ...herausfordernder und realistischer. Boah, jetzt hat er versucht tatsächlich dann auch vorzuhalten. Muss sagen, die KI ist deutlich... ...schlauer geworden. ...und... ...überrascht... ...so manches Mal. Schon. Ähm... So. Ui, ja, da... Schon wirft wieder einer. Ich hab doch feilen Bogen. Kann ich doch einsetzen. Mach doch. Oh, das ging... ...görig. Daneben. Das auch. Oh, wie der Speer. Das war sauknapp. Fast hätte er mich... ...gezwirbelt hier. Oh. Der Wattestrow, Alter. Hm, hm. Hm, hm. Kein Speer. Was machen wir denn da wieder? Och, ja. Lass mich doch erst mal gucken. Mach ich ja auch. Lass ja meine Feinde auch natürlich erst mal gucken, damit sie schön vorbereiten können. Natürlich. Ist ja klar. Die sind... Die sind die KI. So abartig. Die trifft mit diesen Dingen... ...so oft so gut. Ja, so geht's, Junge. Oh, Bogenschützen. Weg. Ein Bogenschützen. Hunder mehr. Aua. Lass mich. Lass mich. Oh, jappa. Oh, ich hab ja selbst rein. Bogen. Oder? Ja. Ne, was hat denn der da? Ach, das sind Wurfsperre wieder. Toll. Blöde ist. Alter, wie die hier werfen. Ja, 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 ja. Da, toll. Also die KI würde über diese Distanz mir voll ins Gesicht werfen. Ja, da haben wir es schon fast wieder gehabt. Oi. Oi. Ah, ja, great. Ah. Darf das wahr, Steiner? Nimm doch den Pfeil und Bogen. Oder wo hab ich das aufgehoben? Come on. Ich hab gedacht, das langt noch in kurz aus Distanz. Jetzt haben wir ja schon 40 Minuten. Okay, dann heben wir uns mal auf. Das bekommst du wieder zurück. Auf jeden Fall. Das wirft er natürlich von vorne. Da wirft auch einer dauernd. Sperre. Boah. Nee, oder? Wo kam denn der jetzt her? Hm. Okay. Ach, du Ratte. Voll in den. Ach, scheiße. Die mit ihrem Scheiß Bogen. Männer, das können wir nicht nur die blöde Fan-Kämpfer da vielleicht mal erstmal noch weglassen. Ja, vorbei. Vorbei. Wie sag ich. Ja, dafür gibt es jetzt was auf die Waffel hier. Auf jeden Fall. Guckst du. Hebt das auf. Können wir brauchen. Ein Schild. Ein Schild. Ein Schild wär gut. Oh, der wirft. Pfeil und Bogen. Könnte man machen. Come on. Wenn's schnell genug geht, hebt doch die Scheiße auf hier. Ja. Alter. Von Ratsch. Oh. Uh. Oh, war der knapp. Ich geh da stiften. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Alter, der hat, der hat das Ding gar nicht gezückt. Du siehst es aus der Ego einfach nicht. Ich hab ein Mausrad gedreht. Ich dachte, der wär schon equippt jetzt mit dem Morgenstern. Scheiß. Nein, nois. Sorry for the bad language here. Ach, come on. Ich brauch' ein Schild. einer von beiden wird mir wohl sowas geben. Oh. Hey. Toll. Wieder drei gegen einen hier. Oh, der war gar nicht so übel. Bleib mal stehen. Wow. That wasn't bad, würde ich mal sagen. Aber die Würfe jetzt war natürlich für den Arsch. Keine, keine, keine mehr an Bord. Das wär jetzt gut. Oh, ich hab' nur einen Speer. Oh, der hat einen Wurf Speer, oder? Ja. Jesus, sieht er aus. Nochmal hier. Speer, irgendwas? Nee, nur das. Okay. Das ging, äh, ultra, ne? Come on. Okay. Mach schon. Oh. Nicht gut pariert. Oben. Oh. Oh. Come on. Alter. Es ist schon 45 Minuten. Oh, knapp vorbei. Seht ihr? Der hat gewartet, bis ich stehen geblieben bin. Ein Wurf Speer-Duell. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Und. Und. Juppdi-Duell. Auf geht's. Mh. Full of the Frazzle. Wir nehmen uns diesen... Und das hier auch. Und wir sammeln uns ein paar Speere. Okay. Das hier. Du Sack stehst da und machst die... Wurf Speer... Nur mal da, ne? Ah. Scheiße. Oh, wow. Jetzt geht's. Jetzt geht's los. Oh, wow. Einmal noch, Leute. Einmal. Und dann wird diese Serie... Diese Folge... Folge. Hips off. Ah. Sau. Hib auf. Oh. Okay. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Volle Lotte. Der war gut. Oh, der war nicht gut. Okay. Hm. Was haben wir denn eigentlich? Ein Speer. Ich hasse das. Okay. Oh. War jetzt gar nicht so übel, ha? Hebt es auf! Und? Schade. Ich hab gedacht, ich könnte ihm... Wenn er kommt, das Schild runternehmen... Nehmen. Ich wusste, dass ich nämlich viel Lebensenergie hab. Das war meine letzte Chance. Wäre meine letzte Chance gewesen. Uh. Das war mal wieder... Perfekt wie knapp. Dann getroffen, Junge. Aber. Okay. Wir suchen uns hoffentlich eine Position. Was haben wir denn als Seitenwaffe mit dabei? Okay. Ein Schwert. Mit dem Schwert könnte ich schon klarkommen. Hier. Der werft auf mich. Ja. Der zieht den. Und die KI macht das genauso, wie ich auch, ja? Die sammelt sich ihre Speere unterwegs ein. Das haben sie gut gemacht. Gut umgesetzt. Das war beim Einser nicht so. Hm. Vorbei geschissen. Na gut. Also für Treffsicherheit bin ich ja mit dem Bogen. Jetzt auch nicht. Yes. Oh, da kommt jemand, glaube ich, von uns. Yes. Jawohl, tödlicher Treffer. 15 habe ich noch. 15 Pfeile. Oh. Muss aber... Sollte mir ein Schild nehmen. Yes. Jawohl. Ins Schild getroffen. Nice. 8 Pfeile noch. Hm, okay. Ah. Die KI ist saugut im Treffen. Man sieht ich nicht. Wie kommt denn der... Sag mal. Hey, Kumpel. Was tut es? Hehe. Getroffen. Das war der da drüben. Pfeile sind leer. Nehmen wir mal das. Okay. Gucken, ob da hinten ein paar Pfeile sind. Es sieht so aus, wenn das mein letzter Gegner wäre. Ähm, der scheint nicht sehr... Scheint noch nicht so viel abbekommen zu haben. Alter, unglaublich. Unglaublich. Okay, wir gehen raus. Danke. Aber im Moment habe ich die Schnauze voll. Jetzt gehen wir mal hier. Gehen wir mal raus vom Turnier, von der Arena. Oh, wei. Lego mioi. Das war hart. Aber ohne Übung. Ohne Übung wird das halt nix hier. Braucht ziemlich lange Ladezeiten. Aber ich habe es auch nicht auf SSD. Ich habe es mal noch auf normale Festplatte. Da merkst du die Ladezeiten. Und bis alles im Speicher hat schon. So, gut. Sind wir wieder raus hier. Ups. Gucken. Ich habe gehört, dass Delt-Tisos der Kerzenmacher sehr verärgert über das Monopol der Händler ist. Äh, ja. Okay. Kann schon sein. War jetzt mal noch nix relevantes für mich. Ich werde mal ein bisschen chillen hier am Brunnen. Und wir gehen mal ins Inventar. Attribute hat es gegeben jetzt. Weil ich ja wieder geüttet habe. Athletik. Oh ja. Nice. Und die Zone erholt sich bei Herstellung. Persönlich Truppführer um 50% schneller. Erhöht eure Gefangenenlimit um 5% und verringert die Gefangenenfluchtchancen um 10%. Das haben wir hier. Unbekümmert. Erhöht eure Überredungschancen leicht. Erhöht eure Truppengröße um plus 5%. Das mit der Kondition erhöhen. Yep. Yes, baby. What have I here? Fokuspunkte. Okay, haben wir hier irgendwo etwas noch? Ne. Gut. Okay. Ja, ja. So, Mignon. Hm. Ja, also diese Folge geht ja jetzt schon 56 Minuten. Äh, Pause? Ne. Ich möchte einfach... Lass mich da weitermachen. Ah, der muss laden. Deswegen. Okay, hier ist mein Banner. Lass ich mir... Mal gucken. Ich bin es aber immer noch irgendwie am Anpassen. Ich weiß noch nicht so recht. So richtig, ähm... Bin ich noch nicht zufrieden. Ich bin noch nicht zufrieden damit. So, 100%. Okay, wir lassen es mal so jetzt. Gut. Okay. Wir gucken mal später noch was, was in dieser Stadtsaal los ist. Oder was wir noch tun können. Äh, ich sag mal für heute. Sag ich mal Bye-Bye, Leute. Und... Wir sehen uns dann demnächst. Schaut wieder rein. Wenn es heißt Bannerler 2. Ja, Fred. Von Connor. Bye-bye. Bye-bye. Vielen Dank.